Sehr gut, rote Ampel. Zeit für SMS, Rasieren, Schnitzen und Zahnseide. Danke, dass Sie so schnell hier waren. Was? Tut mir leid, das ist ein Prius. Ich nahm an, Sie sind mein Uber-Fahrer. Ich weiß nicht, was das ist, weil ich so unfassbar dämlich bin. Uber ist wie ein Taxi, aber fühlt sich wie ein Spiel an, weil es vom Handy ausgeht. Ich muss schnell zu einem Meeting. Ich gebe Ihnen 20 Dollar, wenn Sie mich hinbringen. 20 Mäuse dafür, dass ich Sie durch die Stadt kutschiere? Vielleicht sollte ich Uber-Fahrer werden. Den Zusatzverdienst könnte ich brauchen. Ist sicher leichter als mein Job bei Pizza Express Press. Sehr gut, pressen. Pressen, komm schon, komm, gleich haben wir es, gleich haben wir es, noch einmal pressen. Da ist sie ja. Oh, die ist ja halb herbei. Ich glaube, das ist unsere. Sie armer, armer nach.